Musik Unsere Kunden zu begeistern mit Freude und Leidenschaft, dafür steht unsere Familie seit über 60 Jahren. Nicht wahr, Elwes? Musik Küchen verkaufe ich aus purer Leidenschaft. Ich gehe flexibel und individuell auf die Wünsche meiner Kunden ein. Musik Jeder Mensch sitzt unterschiedlich. Bequem und gemütlich sollte die neue Polstergarnitur sein. Für meine Kunden nehme ich mir gerne viel Zeit. Musik Und wenn ich nicht gerade Einrichtungsideen plane, gehe ich mit Elwes spazieren. Musik Für unsere Kunden habe ich immer ein Lächeln parat und für jedes Anliegen ein offenes Ohr. Musik Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Bett. Desto wichtiger ist es für mich, für unsere Kunden, den perfekten Liegekomfort herauszufinden. Denn nur wer gesund liegt und schläft, fühlt sich fit und ist leistungsfähig im Alltag. Musik Ein Gang durch unsere Boutique lohnt sich auf jeden Fall. Dort finden Sie tolle Deko und Geschenkideen. Nicht, Elvis? Musik Für jedes Problem haben wir die passende Lösung. Musik Ich bin gerne unterwegs. Deshalb reise Queerle Duton und Europa, um für unsere Kunden die schönsten und aktuellsten Möbel- und Köppentrends zu entdecken. Komm, Elvis. Wir gehen joggen. Musik Fühlen Sie sich bei uns wie zu Hause. Wir freuen uns auf Sie. Musik 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 Spannendea MIT Musik Untertitelung des ZDF, 2020